Ja, hier kann man waschen. Wir haben hier einen offiziellen Waschbereich, also wie ein Mehrfamilienhaus mit Coins. Ja, das Waschhaus läuft natürlich mit Solar. Da sind die ganzen Waschmaschinen drin. Ja, das hier ist so eine Art Bar. Hier trifft man sich und da gibt es was zu essen ein bisschen. Und ja, gibt vieles zum Trinken, Schokoladensachen. Das Komische ist, hier wird auch abends viel gemacht, also wie im System zu Hause. Die Leute gehen nicht mit der Sonne, sondern gehen lieber abends ins Bett statt. Das ist morgens, also jetzt sitzt niemand da, oder es ist auch geschlossen bis 8. Aber es geht dafür bis 10. Aber so ist die Welt auch hier. Schön entspannt zum Sitzen, ja. Und zum Reden, wobei ich sonst auch nicht. Ja, heute ist ein Geburtstag. Das ist, glaube ich, eine Frau vom, ja, langjährigen hier. Und ja, es läuft Konsummusik. Ich dachte, die haben hier so spezielle. Haben sie meistens auch normal. Und normal ist auch eine andere gelaufen. Aber das ist jetzt, ja, gerade Standardzeug. Und ja, jetzt mal gucken, ob es Wasser gibt oder ob sie dann irgendwas auch noch konsumieren. Hier ist ja alkfrei und rauchfrei. Also rauchfrei auf jeden Fall, klar. Sieht hier ziemlich gut aus. Ja, jetzt ist das, ja, die kleine Bar hier. Und ja, es soll anscheinend Kuchen oder so Sachen geben. Hier gibt es ja viel Schokolade und, aber recht gesund, ja. Das poste ich ja alles noch. Ich hoffe, ich kriege noch irgendwie die Rezepte oder so. Ja, es ist ja schon mal die Party. Und ja. Ja. Ja.